Mario Kart 8 Hi Leute, herzlich willkommen zu unserem Video. Heute mache ich wieder Mario Kart 8 Und heute mit meiner Schwester Laura Hallo Wir spielen wieder Grand Prix Und... Wer bist du? Du musst drücken Ach ja, warte mal Ja, okay Ich bin auf jeden Fall schonmal... Baby Rosalina Okay, und ich bin... Oder ne, ich bin mal Wario Baby Peach Ich krieg bald bestimmt auch das DLC von Mario Kart 8 Uh, den nehm ich Uh, ich auch Druck Druck Ja, genau Okay, wir machen jetzt erst einmal... Welchen willst du? Stern oder Banane? Äh... Banane irgendwie Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Banane Viel Glück Laura Viel Glück Laura Ihr auch Rocky schaut zu Alter Wow Sehr verwirrend Ich weiß ja gar nicht wie man da überhaupt... äh... fahren soll Ja Ich auch nicht Ich war fast nie Wario in Mario Kart 8 Ich war fast nie Wario in Mario Kart 8 Eigentlich war ich glaube ich nie Alter Warum ist Wario so groß? Boah, ich bin so schnell irgendwie Warte mal kurz Hey Fuck Ich muss mal kurz leiser machen Danke Bitte So Okay Weiter Du hast mich geschubst Hab ich nicht Doch Du hast doch so ein Dings auf mir geworfen Achso, ich dachte das wäre Mario Den ich getroffen habe Dann verzei ich dich Oh mein Gott Weil ich liebe diese Musik Was? Okay Das hab ich jetzt nicht gewusst Ja Ich hab 8 Oh nein Du hast die 8 Verschwommen Man wird eingesaugt Ja ich weiß Und ich wusste das vorher nicht Deswegen Ist das blöd Yay Hallo Ist hier die große Krabbe? Nein Hier ist Patrick Achja Hallo Ist hier die große Krabbe? Nein Hier ist Patrick Hallo Ist hier die große Krabbe? Nein Hier ist Patrick Hey Hey Daisy Das ist sehr unfair Ich hab sie gar nicht wieder überholt Ich hab sie getroffen Oh Ich hab sie getroffen Alter Was hab ich da Das war mir doch nicht Jetzt hab ich auch noch den Yigi getroffen Ja Cool Macht irgendwie Spaß sie zu treffen Yay Hier lag ein Pilz vom Blitz glaub ich Boom Baby Und dann wird man eingesaugt Och komm schon Wieso schon wieder ein Blitz? Das ist so unfair Das ist so unfair Äh ich hab Ich hab grad gedacht Varius Varius Ähm Hupele wär ein Furz Aber es hat nur so Es ist nur so angehört Wer würde schon als Ein Furz als Hupele Seh ich nicht Ich irgendwie schon Das wäre dann lustig Wenn ich die anderen anhübe Oh Mann Das ist doch aber auch irgendwie eklig Ich hasse diese Strecke Sie ist so blöd Pilze Oh mein Gott nein Da ist ein Ding Ein blauer mit Stacheln Ja Irgendwie mags Was hast du verdient wo du mich geschubst Kacke jetzt ist Mario hier Verschwinde Mario Oh das waren meine Pilze Hä Mario ist besser als Mario What Obwohl ne Weil Game Loop ist ja Mario Dann ist Mario schlechter als Mario Boom bidi 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 Ich hab ja grad welche gesammelt Die ganze Zeit Aber hier sind dann keine Weil hier sind keine Münzen mehr Ah da Hey wo ist Mario hin Mario ist verschwunden Mario Ja Mario Yeah Schau mal wie viele Münzen ich überhaupt habe Mario Ja Ja Ich hab gewonnen Was Ich hatte sieben Jetzt hab ich vier Oh Okay Kacke Nächstes Rennen Hoffentlich ist es nicht so blöd wie das Ich hasse es nämlich Ach das kenne ich das ist cool Das ist cool Warum schlägst du in den Stuhl Nix Ich schlag nicht den Stuhl Äh das Tablet Nein mach das Ja ok es hat ausgesundersen zu den Stuhl Ja vielleicht bin ich so drangestoßen guck so Ja mach es nicht mehr Ja mach es nicht mehr Ja Verschwinde Mario Ich bin hinter dir Woah Woah das war knapp Was ich hab doch nach hinten geschossen Och komm schon Das hasse ich hier Weil das passiert mir immer Dass du es nach vorne schießt dann stattdessen Oh jeiße Nein was Schick den roten Panzer Ja Oh Yeah Jo wie matschig Ihhh Hä was nein Hä haben wir doch schon mal gefahren hier Ich kling das doch nach einem Furz seine äh seine Wuppe Was ist wenn Mario eine Furz Wuppe hat Okay die Mütze die ich nehme weil der hat mir Mario weggenommen Boah Mario ist echt überall Genauso wie in Minecraft da ist auch Mario überall Ja game du Ja game du Ja game du Schick den roten Panzer noch nicht Weil der hat überall Weil ich kann doch schießen wann ich will Ja ok dann gebe ich dir jetzt aber sofort gar keinen Tipps mehr Nie wieder Nie nie wieder Hier kommt einer Ja Der trifft mich nicht Ganz bestimmt nicht Boah ich hab hier sehr roten Fische gesehen Langsam glaube ich wirklich dass eine Hupe ein Furz ist Eine Furzhupe Boah die Rakete hat mich nicht getroffen Oh cool Ich bin grad noch weg gegangen Da sind Cheap Cheaps Ich hab ja ein neues Cheap Cheap Glühstier gemacht Da sind ja auch Cheap Da ist Mo Mama Ja stimmt Stimmt davon wollte ich ja ein Video machen vom Cheap Cheap Yeah Goomba Ich mach auf jeden Fall noch ein Glühstier Video von Cheap Cheap Und Goomba Quest kommt auch bald wieder Und Goomba Quest kommt auch bald wieder Ja das ist hundertprozentig ein Furz die Hupe von Wario Wo war grad eine Rakete Wo war grad eine Rakete Yeah Furzkraft Und ich kann noch Furzkraft machen Was ist jetzt? Du hast voll lustig geschaut Okay Okay Schauen wir weiter Welches Level kommt jetzt dran Oh das sieht ja schön aus Das Peach Schloss Hä? Irgendwie kommt die mit Achso das ist die da Die haben wir doch schon oder? Nee Das ist eine andere Das sieht ja voll schön aus Das ist noch eine andere mit nem Peach Schloss Boah das sieht ja viel schöner aus Ja Die Welt Seit wann gibt es zwei Peach Welten? Keine Ahnung Aber die ist viel sauberer Ja find ich auch Näm Ist doch noch so Hey warte mal Ich hab das Konzept von Mario Kart 8 vergessen Man kann doch eigentlich an Wänden hochfahren und so Warum macht das jetzt bei den zwei Level nicht? Hey die Daisy hat mir eine Münze mitgenommen Was zum Teufel? Oh ich hab eine Münze von Daisy gekriegt Ich kreif mich immer mit meinen eigenen Panzern Jauuuu Hallo Joe und warum ist denn ein Ballon von Daisy drin? Nein bitte nicht, bitte nicht Oh mein Gott ihr seid ja alle von nah Hahahaha Da hinten kommt Luigi Hier eine Banane Hallo Yey Meine Münze Voll ich hab 8 Münzen Ja Jetzt 9 10 11 Falls ihr mit mir ähm fahren wollt Auf Mario Kart 8 Ich beschreibe äh Ich tu nochmal Mein Name Mein Wii U Name In die Beschreibung äh packen Und da möchte ich nochmal kurz was zum Ines Loren sagen Weil ähm Ich wollte ihn adden Aber er hat sein Account anscheinend irgendwie so gesperrt Dass er keine Freunde mehr akzeptiert oder so Und deswegen kann ich ihn auch gerade nicht ähm hinzufügen Falls er mich hinzufügen will Falls er mich hinzufügen will Dann müsste er das mal ändern Sonst geht es nicht Ich bin gerade sehr Ich bin voll schlecht Ihr müsst mir noch euren Name in die Kommentare schreiben Und dann könnt ihr mit mir fahren Ach komm schon ich hätte gerade so viele Münzen Auf jeden Fall kann ich noch ein 2 Stunden Video machen Und das werde ich dann irgendwann vielleicht auch noch Peach, Daisy, Rosalina Yeah! Biubiubiubiubiubiubiubiubiubiubiubiubiubiubi Boah, Scheigeil! Vielleicht überhole ich dich ja mal wieder Der Scheigeil will flüchten! Boah, Scheigeil! Vielleicht überhole ich dich ja mal wieder Der Scheigeil will flüchten! Wie oft? Ahahaha! Wie oft? Wie oft? Wie oft? Wie oft? Wie oft? Wie vor allem? Wahrscheinlich hat Mario seinen Furz aufgenommen und dann hat das auf seine Hupe rein Oder er hat einfach ein Furzkissen als Hupe. Oh, das kenn ich. Komm! Das gab's schon auf der Nintendo. Boah, eine goldene Banane. Hä? Ein Papagei? Manche Strecken wurden wirklich aus Wii oder Nintendo. Wieso bin ich immer die volle und du immer ganz vorne da? Ja, weil du halt hinten warst und als einer der Letzten halt ins Ziel gekommen bist. Ach so. Boah, ich bin ja hier voll schnell. Ich bin gleich dritt. Ich bin dritter. Und gleich bin ich zweiter. Hier ist vierter. Ach komm schon. Ich hab doch keine Münzen. Du musst... Boah! Oh, die Musik ist geil. Ich liebe die. Also die hört sich schon geil an. Ich mag die auch. Mann! Ich hasse jetzt Daisy. Diese Kacken. Na endlich! Wir fahren mal wieder schräg. Okay, das haben sie erneuert. Die goldene Banane! Meinst du der zu schräg? Ach, diese Türme hab ich vermisst. Ich hab erst letztens an diese Türme gedacht. Boah, die goldene Banane! Boah! Oh nein! Aber die Musik fängt wieder an! Boah! Ich hab eigentlich nichts gesehen oder so! What?! Oh, klar, ja klar, genau jetzt kommt dieser Panzer. Oh, Menno! Die goldene Banane ist so toll. Die müssen rülpsen oder was? Ich liebe nicht die goldene Banane. Ja, die Banane! Banane, Banane. Oh, oh, da kommt jemand. Nein! Was? Nein! Was? Achso, es ist ja noch eine Runde. Oh Mann, ich dachte, das wäre schon vorbei. Alles wieder gut! Vielen Dank. Bestimmt kriegen wir einen neuen Charakter. Du hast Yoshi überholt. Ja. Oh, mein Gott, mir tut irgendwie. Wirklich? Ein bisschen. Oh, bitte drei Sterne, bitte drei Sterne, bitte drei Sterne. Bitte drei Sterne. Stimmt dann, bitte drei Sterne. Also ich habe das Gefühl, auf der Wii U ist es leichter, drei Sterne zu kriegen. Oh, ich habe schon wieder gedacht, ich habe Silber. Immer bei diesen Nachrichten denke ich das. Oh, den Goldpilz werde ich irgendwann aufnehmen. Die zeigen, wie ich gefangen bin, oder? Ja. Da. Ja. Es ist Mario, der ausgerutscht ist. Sorry, Game Noob, aber du bist auf meiner Banane ausgerutscht. Oh, Mann. Er ist ja auch gerade online. Oh, cool. Ich kann nicht mit ihm spielen, weil ich dieses Video gemacht habe. Ja. Blattkapp. Ja. Neuer Charakter. Neues Fahrzeug. Nein. Drei Sterne. Ja. Juhu. Das ist toll. Schauen wir mal, wen wir gekriegt haben. Machst du wieder Augen zu? Nö. Dieses Mal nicht. Dann mache ich Augen zu. Oh, oh. Da oben weiß ich nicht, was da ist. Metall Mario, wie cool. Den nehme ich. Oh, und Metall Peach, oder? Ja. Dann kannst du Metall, Rosa und Peach sein. Komm, mach. Okay. Oh, Mann. Wie cool. Und was haben wir als Fahrzeug? Ick. Jetzt. Yeah. Bäh. 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 Nein. Das kann ich nicht akzeptieren. Die sind ja voll hässlich. Oh, cool. Die nehme ich. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich die habe. Alter bin ich schnell. Ich bin bereit. Oder sind die Autos? Ja. Oh, das passt zu mir. Das nehme ich. Beall dich. Wir haben nicht lange Zeit. Ja, okay. Was wollen wir spielen? Stern oder Blatt? Nö. Im Blatt. Okay. Oh, da ist es Yoshi Tal. Das ist echt geil. Da haben wir doch mit Genduk immer dieses Ballonschlacht gespielt. Oh mein Gott. Wäre ich Mario gewesen, dann wäre das jetzt passend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber Metall Mario ist echt geil. Wollte ich mal fahre ich mit den echten Autos. Boah, bin ich schnell. Boah, ich bin auch voll schnell. Das ist ja wie 100 CCM glaube ich. So schnell bin ich. Aus dem Weg Peach. Ich bin so schnell, dass ich... Oh man, die Musik ist auch geil. Ich liebe die Musik in Mario Kart 8. Da ist ja so cool. Die wurden... Es sind alles nur Remakes von anderen Spielen, aber viel... Remixter. Also viel cooler. Wie ein Rap. Irgendwie. Kacke. Hm. Sammle auch Münzen. Ich sammle ja, aber hier sind ja keine. Dann kriegen wir hundertprozentig tolle Sachen. Du willst doch nur Geschenke kriegen. Geschenke sind toll. Sieht ja komisch aus, ne? Das ist so ein Befindere. Das passt doch nicht zum Auto. Ein grüner Panzer. Ja, los geht's. Ja, er sieht so glücklich aus. Eigentlich nicht, aber gerade hat er glücklich ausgeschaut. Wer? Der Metall-Mario. Da, schon wieder. Voll der glückliche Perl. Warte, jetzt kann man das bestimmt gut sehen. Alter, zwischen den, links durch. Zwischen den Feuerwellen. Nein, das ist unfair. Der Blitz hat mich eingeschlagen. Das war ich. Warum tust du das? Ah ja, egal. Ich bin ja sowieso noch Erster. Ach, dir interessiert doch nur der Platz. Ja, weil ich will gewinnen. Du willst immer gewinnen. Ja, ich will. Du willst doch nur Geschenke haben. Ja, ich will halt neue Menschen haben zum Fahren. Also Charaktere. Es macht Spaß mit verschiedenen Leuten zu fahren. Bei dir fahren doch keine Leute mit. Ja, halt verschiedene Mario-Leute. Oh, du bist ja noch weit weg. Los, schneller. Nein. Das hat lustig, der hat sich lustig angehört. Wie kann bei einem Metall-Peach eigentlich die Haare schweben? Weil die sind doch aus Metall, oder nicht? Oh, mein Rücken tut voll. Wirklich? Guck, ich sitze ja die ganze Zeit nur. Ja, du musst doch nicht so sitzen. Du kannst doch so sitzen. Das ist aber halt auch anstrengend. Also finde ich nicht. Ja, okay, wir machen nur noch diese, äh, dieses, äh, diese zwei, äh, diese drei Rennen und dann nochmal vier und, oder willst du nur die drei noch? Ist mir egal. Egal. Dann machen wir, ach, wir überlegen dann einfach später. Oh, mein Gott, das ist mir ja noch nie passiert. Was denn? Dass mein Motor geplatzt ist. Aber ich hab auch kurz aufs Tablet geschaut und nicht drauf geachtet, dass da, wo Dings ist. Oh, mein Gott, ey. Ich hab mich gerade abgewehrt, ohne es zu wissen. Ich bin Erster! Hä, wirklich? Du bist Erster? Ja. Alter, wie cool. Das ist ein Weihnachtswunder. Ja, es wird überholt. Wir wollen hier andere überholen. Ja, mich wollen doch auch alle überholen. Und ich bin sogar Dritter. Das ist nicht normal. Ich hoffe, ich krieg trotzdem noch drei Sterne. Ich bedanke mich was für die St sampel. Hey, wieso bist du jetzt Erster? Was hast du gemacht? ich bin der Abkürzung gefahren ja dann nehmen wir jetzt immer die Abkürzung was denn das ist eine andere Abkürzung ich nehm fast immer Abkürzung nein nimmst du eigentlich nie äh Laura die Kamera läuft ich weiß das weiß ich schon die ganze Zeit sei doch nicht traurig Fabio es ist doch Weihnachten schau dich doch um es ist Weihnachten Fabio 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 Vielen Dank. Oh, das ist schon das Ziel? Ich habe eigentlich Yay gesagt, weil ich jetzt ein Cheap-Cheap-Video machen will. Was hast du denn? Oh, das ist auch cool. Die Strecke liebe ich. Da kommt wieder die coole Musik. Oh, Klavier. Das ist wieder so ein Remake von einem schon, ähm, von einem Level bei Nintendo. Was? Nein, das ist ja unfair. Ja. Das ist ein Liedzeichen. Ja. Genau. Muss ja gleich gepasst, schau. Ding, 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 ding. Ja. Ja. Danke schön, Piranha-Pflanze. Die hat den Kuber-Panzer gegessen. Von einem, der mich abschießen wollte. Nicht nochmal. Ja. Oh, deswegen hasse ich diese Abkürzung. Ich wollte sie nur mal ausprobieren. Mindmal reden. Gut. Bis jetzt. Mauch. Niin. 齁. Jochen. Ja, ich bin ja alles schlecht. Boah, der Stern sieht so schön aus, wenn du ihn in der Hand hältst. Da ist die Trommel, ja. Hey, warte mal, ist das schon das letzte Rennen? Ja, ich glaube schon. Okay, dann war es das mit dem Video, weil mein Akku geht schon leer, das hat man gerade schon gehört. Das ist jetzt das letzte Rennen und dann gehen wir. Und dann mache ich noch ein Video von einem Cheep-Cheep-Lüsch-Tier, was ich gestern Nacht gemacht habe. Oh, ich liebe Yoshi-Tal. Ich dachte, das ist vom DLC, aber eigentlich ist es gar nicht. Ich glaube, beim DLC kommt ihr auch nur... Oh Mann, es ist so verwirrend. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe das nur im Schlachtmodus gespielt und dann weiß ich nicht, wo ich lang muss. Zurück ist in der Pfeile, die sie mir zeigen. Ja, toll. Nein! 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 Du hast mich gebissen! Boah, jetzt habe ich zwei auf einmal in den Arm gelegt. Hallo! Aua! Nein! Du hast mich ins All geschleudert! Nein! Da war ein roter Panzer. Wieso ist der jetzt weg? Was? Oh, Entschuldigung! Oh nein! Ich muss mich wirklich beeilen, der Akku ist fast leer. Ich bin der Geist von Peach Oh oh Zwei Prozent Ein Prozent Oh Kacke Aber wenn es ein Prozent ist, dann hält es immer am allerlängsten Die eine Strecke muss das Tablet noch aushalten Wenn es ein Prozent ist, dann hält es immer ganz lange noch Das ist genauso wie mit der Wii U, wenn es rotblickend ist, dann dauert es auch erst sehr lang, bis es aus ist Okay, noch kein 30 Sekunden Was? Da steht noch nicht 30 Sekunden Okay Okay, cool Laura, du kannst einfach über die Wiese fahren Ja, du schaffst es mit dritten Platz Ja Okay Schauen wir uns ganz schnell die Ergebnisse an, bevor das Tablet ausgeht Ich mache dann auf jeden Fall noch ein Video über Plüsch-Cheap-Cheap Ja, das war da, wo du mich dann gebissen hast Das war cool Du warst so gruselig Boah, war es so gruselig aus mit den Augen Ja Sieht voll gruselig aus Jetzt machst du die Augen zu Ja Boah, fällt schon mal Blitzkopf Neuer Charakter Neuer Charakter Fahrzeugteil Okay, schau weg Boah, wie cool, diese Trophäe ist ja schön Was für eine schöne Trophäe Okay, schauen wir uns auch schnell, wen wir gekriegt haben Bitte ein Kooperling Okay, jetzt schau, jetzt schau du weg Bitte ein Kooperling Mach, mach, mach so Guck, mach so und mach so Schnell, 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 schnell Schnell Ist das ein Kooperling? Mach mal Ja, Iggy Wie cool Das ist ein Kooperlehrling Ja, das ist ein Kooperling Ja, eigentlich ist ein Kooperling Den nehme ich im nächsten Rennen Aber wir brauchen, wir haben fast alle, ne? Ne, nicht ganz Ja, aber fast Uns fehlen noch Rosalina Ich hab doch fast gesagt Ja, ich weiß Okay, Leute, das war's mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Nächstes Mal machen wir weiter mit Iggy Und im nächsten Video geht es dann um Cheep Cheep Plüschtier Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss Hoffentlich hat es euch gefallen Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder Ciao Tschüss 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 Tschüss